hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier am sonntag zur zweiten weiter geht's ja stau und schon mal schönen sonntag zum zweiten oder das oder genau genau zum sechsten also die ganzen ein gülle fast angekommen und ja ich fahre weiter bin aktuell im lkw die gute frau mir eine chance lässt rauszuscheren so die stunde bist du wie also hat mit der person nichts zu tun jetzt also dazu müsste es theoretisch eine verbindung geben im system darf sie mit denken das wird dann nur funktionieren wenn es so programmiert werden würde wissen geht noch rein wir brauchen hier auch silage für den winter für die kühe alle anderen werden schaffen so hier mal weitermachen dass der kaltstreuer arbeiten kann und später im weiteren verlauf der mit der gärreste vielleicht gelingt das auch dass wir das hinbekommen ja zwei runden schafft auf jeden fall ja das sind noch paar grad bau ein zusammen und zwei kleinen wiesen bäume sind noch da hier können wir dann auch noch irgendwann mal machen vielleicht noch irgendwann also in game also heute mehr aber in game auf jeden fall und kriege aus der silage aus ja noch keine informationen für das 25 also sicher wirklich zurück weder ankündigung weder de mentis also intern müsste längst wissen normalerweise also grunde musste schon gedanken machen wenn er dieses spiel fertig waren waren nicht da ungefähr naja ich sag mal so jede firma muss ja auch letztendlich geld verdienen und der ist sie ist ja dem fall nicht so weil im grund das braucht keiner die lsd was da jetzt kommt ist ja ja ich sag mal so lagerhalter und so da gibt es ja reichlich ja produktionen mit logistik und so gut da gibt es jetzt spezielle karten so wie hier die marsch da fast richtig machen kannst aber ich persönlich weil vom tigern den gerade jetzt nicht das ist jetzt nicht mein fall würde ich jetzt nicht als wo ich sagen würde das muss man jetzt haben so sieht das nicht so wir kriegen jetzt damit nicht mal den lkw voll ne weiß ich ja mal ein zwei haben zu vier dann müssen wir trägsen mal fahren würde ich nicht den knallen wir hinten links rauf aktiv luft holen dort sind jetzt 98 98 kilogramm rein rechnerisch würde ich jetzt nicht so drei stück das problem ist wenn ich das nicht abhebe na dann dann funktioniere ich nicht funktioniert das nicht so wie es soll so dann werden wir halt oben raus schmeißen so weit weg wie möglich dann kommen wir hoch das würde ja sogar in echt gehen aber halt mit dem radlader oder mit dem teleskop lader weil er die höhe nicht hat aber ich wollte nicht noch mal herfahren müssen nur die gute neue anspannen das ist wichtig sonst war das nix kaltfahrer scheint jetzt gut arbeiten hat schon die erste runde geschafft jetzt dürfte auch der gülle fast nicht im weg stehen na dann machen wir es davor nicht umgekehrt wer zuerst da ist und quer vorbei fahren wir hinten vorbei mal gucken ob das alles reinkriegen ob das alles reinpasst gesamt gesehen das können wir nicht hervorragend näher zum bgh fahren ne 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 das sollte nicht voll werden ne löst sich so schön langsam auf ne 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 warum musst du gerade jetzt hier ein hinfall ja nicht ganz voll aber fast mehr gibt es ja nicht und klee der rest ist ja auch zum anderen das ist auch wieder an der geschichte damit halt nicht mitnehmen die herritte maschine tatsächlich ab hier noch zu stehen ja das ist ein bisschen scharfe kannte hier nicht rkw ist hat nichts steigung ist zu steil naja neun stunden oder habe ich jetzt gespielt noch übertrieben 16 uhr fünf stunden her war früher normal andere spiele nebenbei auch so anders war sehr 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 umfangreich da muss man auch für zeit haben jedem ist auch noch kalt drauf und vorankommen die wiesen und die der andere müsste eigentlich mit karten durch sein ne ja das machen wir später so dies sind die anderen beiden wiesen die jetzt 61 und 60 da wirst du auch noch kalt drauf und gäbe ist da kann aber der kleine waren das macht ja der vorteil wenn das lager der nähe ist dann können wir das andere fläche auch noch mal klee einsehen wenn die mal gekauft ist und der bauer so anseht ist nächstes jahr oder jetzt dann mal gucken ob wir hier breiter auch nächste woche jetzt nicht breiter fürs glas habe ich müsste man so einen kleinen mutter zunehmen da kleinigkeiten fahren zu können glas zum beispiel für die wolkelei wir auch noch produktion für trinkmilch oder heute war keine ahnung es wäre ein abwasch bringen wir das bretter hin und ein glas schafkäse das könnte man am neuen ruf und auch schafe anbringen also aber schafe dringend das ganze jahr mit dazu sagen also schafe eigentlich nur im frühling müsste man wissen normalerweise die lämmer kommen eigentlich alle zu osterne ihr wisst ja bescheid wer das ist warm brauchen ich persönlich ich habe daran kein interesse bei uns gab es nie schaf oder lamm zum essen schaf werden allgemein nachgesagt ein bisschen vom geschmack gebundesbedürftig zu sein was beim lamm nicht ganz extrem sein soll aber ich sag mal so ich verzichte auf die experimente für mich alleine kommt es in die infrage ich möchte mich allein keinen in meinen so ein teil wie rehrücken zum beispiel dass wir auch mal interessant schon lange nicht mehr rippen braten gemacht aber rippen christen maximal maxim mark person also wer kennt maxim mark ist so ein riesengeschäft noch mal groß für alles prinzip auch für viel fleisch und so gemüse ob es also sehr sehr umfangreiches angebot was da oben drin gewesen wird sich zu braun aus bin ich neugierig doch wissen das müsste ich mal ändern ihre urban lang nicht das ist so ja gibt es doch klein als mission aber so ja und ist nicht ja im urlaub mal gucken was da geht ich habe ja wissen was vor arbeitstechnisch zu hause wird auch einige zeit beanspruchen dann wollte ich nach hause fahren an sich was auch so fünf sechs tage sieben tage veranschlagt ich hoffe ja eigentlich das klingt verrückt ist dann hier wo ich dann wohne schlecht wetter geben würde also mit häufigen regenschauern und so dass die pflanzen die draußen sind nicht dann leiden also nicht eingehen leiden das hat eine aber nicht eingehen und das ja dann kann ich immer einen tag länger bleiben bei mir zu hause in deutschland aber ansonsten nach fünf sechs tagen ist das schon kurz grenze ne und dann überlege ich mir noch ob ich die erste woche fahren werde oder ich das dann sein lassen und mich eher auf die fahren kommen vorbereitet wollen wir sehen nix war das ja auch selber ballen pressen fertig eigentlich nicht schade ist der kuhstall von selektion keine silageballen an nimmt hier aus gras da hätten wir euch hier gelassen aber neuen folgen sind auch schon ausreichend drehen mal fest vom sitzen her mit fünf stunden ungefähr ist schon und ich habe zwischendurch gegessen ich habe bin zwischendurch mal die beine vertreten wenn ich kein raucher bin und wäre es ganz blöd ne wo viele meinen dass sie im prinzip auch vom bildschirm rauchen müssen muss ich persönlich muss jeder für sich entscheiden ne also ich persönlich würde es nicht gut finden das ist ja mal leicht sagen weil ich kein raucher bin von daher muss ich doch mal auch noch einer wie gesagt die ganzen flächen müssen und mindestens muss hier rein kalken müsste nicht unbedingt aber werden klacks ne ich könnte sogar beide flächen einmal machen ja paletten für eier wollte daher bringen wir brauchen aber nicht viele so müssen wir nach rechts fahren ob sie immer gegen gefahren so auf zum dann haben wir da auch mehr vier fünf 66 66 ladung näher im grassilage wieder mal abgelegt eingelagert und dass der fertig ist am hof aber noch riesen schwung zum einen in der bgh und zum anderen im silo da und allen und noch ein teil bei der zweiten bgh bei der anderen ich meine zur not konnte ich dann die auch verkaufen grassilage haben eigentlich mehr als genug die normale halter das eng da müsste ich auch längerfristig schauen dass wir da einen zweiten vermieter bauen für die kühe haben wir eigentlich mehr als genug das reicht eigentlich wenn man den nur ausreizen würden mit kleegras und luzerne gras oder luzerne dann hätten wir den auch recht voll wenn man sich mal schauen ob wir nächstes jahr eine fläche und luzerne machen vielleicht sogar nachbar vom praktisch tabak war mal gucken wir der bauer an blättern das icksal ja das weiß man ja nicht da jeden ela hinfahren abstellen und ja das schon wieder zehnleş톤 ne 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 oughtnest die da geht es zu lange nicht wie gestern bis 12 uhr auch die abloh aber es halb eins gar nicht es war so nach takt und dann später wird auch keine zeit haben dann überlege ich mal was anderes ja dann geht der nächsten monat bestimmt schweine verkauf die großen jedenfalls überlege ich mir auch ob ich da das umdisponieren auf komplett verkauf und dann nur die ferkel dazu kaufe ja wenn wir verkehrt gefahren da geht es über den hof ich war an gedanken oder stelle im hoch ab ich stelle den erger hier im hof aber die rechte arschback tut weh dass sie muss gerade bewegen muss ich mir ganz kurz ja das soll schon freude gewesen sein heute wir wünschen allen schönen sonntag ein schönen wochen start für nächste woche da kommt damit meine oder ist das schon soweit oder ist jetzt schon mal dann ist schon mal die folgen die folgen sind dann genau wo jetzt schon dabei ist ich war schon ein tritt weiter oder so kurz und bis nächstes mal tschüss ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020